Warum wählt unsere Jugend als stärkste Partei die AfD? Die AfD, eine Partei, die in ihrer Gründungszeit keinen Wert auf junge Wähler gelegt hat. Selbst in ihrer Zeit im Bundestag gab es oft die Aussage, dass junge Wähler zu vernachlässigen sind. Dennoch lassen sich davon junge Wähler nicht beeindrucken. Es gab oder gibt seit den Wahlen im Osten jetzt Dutzende Erklärungsversuche, die alle an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten sind. Alle wollen sich gerieren als Experten der Jugend. Dabei sind sie teilweise doppelt und dreifach so alt wie die Personen, über die hier gesprochen wird. Ich bin noch nicht doppelt so alt wie die Jugend, die Erstwähler sein dürfen. Bald aber ist es schon soweit. Ich gehöre quasi noch zu einer Generation davor, die schon in der Schule die Probleme gesehen hat, die auf uns zukommen werden müssen. Wir hatten damals in den Schulklassen drei, vier, fünf Kinder, mit denen es problematisch war, Deutsch zu sprechen oder das Verständnis nicht da war. Heute müssen wir das Kind beim Namen nennen. Die Jugend ist es, die die gescheiterte Integrationspolitik in diesem Lande als härtestes zu spüren bekommt. Auf dem Schulhof wird Arabisch, Persisch, Syrisch und was weiß ich nicht noch alles gesprochen. In der Pause wird man mit einem Messer bedroht. Abifeiern werden gestürmt. Auf dem Nachhauseweg wird man abgezogen. Es wird einem das Telefon geklaut, die Klamotten geklaut. Man wird diskreditiert als Kartoffel, als Minderheit im eigenen Land. Das erleben unsere Schüler jeden Tag in diesem Land. Wer jetzt schon abgeschaltet hat, ist sowieso intolerant. Ich empfehle, meine Meinung bis zum Schluss anzuhören. Denn wenn die etablierte Politik hier nicht endlich wach wird und vor allem auch die Alten in diesem Land, Ich habe es schon einmal gesagt, in Brandenburg haben uns alle über 70 in die Scheiße geritten. Jeder zweite über 70-Jährige in Brandenburg hat die SPD gewählt. Da erlaube ich es mir dennoch zu sagen, dass die Alten hier unser Schicksal bestimmen und zwar mit einem Weiter-so. Die Jugend, die hat mehr als die Schnauze voll. Sie sehen, wie elendig unser Land zugrunde geht. Sie sitzen in dahin schimmelnden Klassenzimmern, die mit 30 Schülern teilweise aus allen Nähten platzen, bekommen dann gesagt, das kaputte Fenster wird nicht repariert, weil kein Geld da ist. Und währenddessen wird für neu Zugezogene Haus um Haus, Wohnung um Wohnung in diesem Land gebaut. Koste es, was es wolle. Bis zum bitteren Letzten wird hier Wohnraum geschaffen für inzwischen 3,49 Millionen Menschen, die inzwischen unter einem Flüchtlingsstatus in Deutschland leben. Die Jugend ist es, die es zu spüren bekommt, dass man in der Schule, wenn man Deutsch spricht, inzwischen der Außenseiter ist. Es ist völlig normal, dass Ali, Mohammed, Mohammed, Ibrahim und wie sie alle heißen, das ist keine Stigmatisierung von Namen, aber in Berlin ist Mohammed der häufigste Vorname bei Neugeborenen. Eine Islamisierung findet nicht statt, sagen sie. Fragt mal die Schüler, die sagen was ganz anderes. Und da dürft ihr nicht die fragen, die auf einer Privatschule sind, deren Eltern in einem grünen Wolkenkuckucksheim noch leben. Ihr müsst mal rausgehen auf die Straße und sehen, wie elendig unser Land zugrunde geht. Sie liegen an den Bahnhöfen nicht nur in Berlin und Frankfurt, sondern im ganzen Land mit Spritzen in dem Arm, konsumieren offen Drogen auf der Straße. Aber Hauptsache um den Neuankömmling wird sich gekümmert. Ja, um den wird sich gekümmert. Wenn jemand hier neu angekommen ist, stehen ihm mehr Leistungen zu als die Grundrente für jeden, der in diesem Lande ein Leben lang bezahlt hat, bezahlt hat, bezahlt hat. Die Verachtung gegenüber der eigenen Bevölkerung wird auch gerade von den jungen Menschen gesehen. Gerade von den jungen Menschen, die sehen, dass ihre Oma sie nicht mehr zum Eis einladen kann. Die sehen, dass ihre Oma vermutlich Flaschen sammelt nachmittags auf dem Pausenhof. Die sehen, dass die Oma auch Klamotten anhat, die schon 20 Jahre alt sind, weil einfach kein Geld da ist. Aber in diesem Lande, ja, da wird Politik gemacht und zwar für eine kleine Elite, für eine grüne, linke Elite, die absolut keine Wahlmehrheit hat und die Leute, sie lassen sich von den öffentlich-rechtlichen Sendern einlullen und verarschen. TikTok ist eine Gefahr, bin ich ganz dabei, aber der Erfolg der AfD bei der Jugend, den würde es auch geben. Ohne TikTok bin ich felsenfest davon überzeugt, denn dann wären sie einfach auf Facebook oder auf YouTube unterwegs. Und ob ich den Inhalt jetzt als Short oder als TikTok Short veröffentliche, spielt am Ende keine Rolle. Die AfD geht dahin, wo die Zielgruppen vorhanden sind. Wenn das nicht mehr TikTok ist, ist das woanders. Und nochmal, unsere Jugend ist es, ich habe es heute Morgen in dem Video gesagt, es gab eine Messerattacke, da haben Zwölfjährige, Zwölfjährige mit einem Messer bedroht, um einen Euro abzunehmen. Ja, da werden schon kleine Kinder zu Messertätern, die sich gegenseitig abziehen. Und unsere Jugend, sie steht da und sieht, die Politik interessiert vieles, aber nicht die Situation auf der Straße. Und dann rätseln sie alle, wir sollten vielleicht die AfD verbieten und wir sollten vielleicht TikTok verbieten. Ja, bitte, dann verbietet doch TikTok, verbietet doch die AfD, dann werdet ihr sehen, dann greift die Jugend zur Selbstjustiz. Wenn ihr das einzige legitime demokratische Mittel, eine Partei zu wählen, die ihre Politik verfolgt, ihnen nehmt und es keine Ersatzpartei dann gibt, weil im Moment gibt es ja keine, die diesen Kurs verfolgt und eine Nachfolgeorganisation wäre verboten. Wenn die dann nicht alle zu die Heimat rennen, also die NPD, was ich mir nicht vorstellen kann, dann greifen diese Jugendlichen am Ende auf. Zu Selbstjustiz. Und ich kann es niemandem verübeln in diesem Lande, wenn man inzwischen angegriffen und bedroht wird mit einem Messer oder messerähnlichen Gegenstand, wird es in Zukunft mit Sicherheit Anzeigen geben gegen die Angegriffenen wegen übertriebener Notwehr. Ich würde mich auch wehren, bis derjenige mir gegenüber aufgehört hat, sich zu bewegen. Ich weiß, ich müsste vorher aufhören, aber in der Situation kommt dann auch ein deutscher Mal in einem Blutrausch am Ende und dann wird halt so lange auf den Kopf eingeschlagen, bis es einer weniger gewesen ist. Ja, harte Worte, aber das ist eine ehrliche Meinung. Es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass sie sich gegenseitig nicht nur die Köpfe einschlagen, sondern dass sie sich gegenseitig so lange schlagen, bis einer daran gestorben ist. Das ist schlimm, aber der Wähler und die Jugend, sie rufen laut nach Hilfe und zwar schon seit Jahren. Und die Politik, sie ignoriert das. Und genau das wird ihnen auf die Füße fallen. Es ist das eine, dass die Jugend den Alten die Rente bezahlen soll. Viel schlimmer ist es, wenn die Alten den Politikwandel verhindern. Ich weiß, die, die hier zuschauen und über 70 sind, haben mit Sicherheit keine SPD gewählt. Also fühlt euch nicht immer gleich angegriffen. Aber wenn wir uns mal anschauen, alle unterhalb des Rentenalters. In Brandenburg haben als stärkste Kraft die AfD gewählt, weil sie wissen, dass die Altparteien jetzt jahrelang Zeit hatten und es hat sich nichts geändert. Auch in Brandenburg, man spuckt große Töne, was das Thema Migranten angeht. Man ist nicht in der Lage, seine Grenze zu kontrollieren. Und wenn die Bundespolizei ja erst seit kurzem wieder Grenzbehörde ist, hätte das Land Brandenburg ja schon längst seine Landespolizei auch zur Grenzpolizei ernennen können. Jeder, der sagt, das geht nicht, hat nicht verstanden, wie Politik funktioniert. Politiker machen Gesetze so lange, bis ein Verfassungsgericht sie daran hindert. Ansonsten können Politiker tun und lassen, was sie wollen. Und das sehen wir jeden Tag. Jetzt wollen sie der Jugend hier auch noch vorschreiben. Sie würden hier das Falsche wählen. Da muss man nur mal sagen, meistens wählt die Jugend genau das Gegenteil von dem, was die Eltern gewählt haben. Sie rebellieren. Das hat uns die 68er-Revolution eingebrockt. Das hat den Schlamassel in diesem Lande ausgelöst. Und jetzt? Der Wind scheint sich zu drehen. Und wenn der Wind sich dreht, dann bekommen sie alle auf einmal ein nasses Gesicht. Ich bin schon gespannt, wenn sie dann bald alle arbeitslos sind, den Anfang werden machen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus der FDP-Fraktion, Wenn sie keine Organspende ihrer Mandatsträger an andere Parteien vollziehen, werden diese 91 MdBs der FDP-Fraktion dann bald in Berlin-Mitte beim Arbeitsamt erscheinen müssen oder woanders, je nachdem, wo sie gemeldet sind. Sie bekommen aber erstmal Übergangsgeld. Und es wird sie danach dennoch nicht interessieren, dass unsere Kinder darunter leiden. Dass unsere Kinder leiden unter Messerangriffen, unter Vergewaltigungen, unter Gruppenvergewaltigungen. Alleine die vielen dummen Anmachsprüche, die unsere jungen Frauen in diesem Lande erleiden müssen. Und daran sind auch Deutsche schuld. Das gab es früher schon. Doch durch das hemmungslose Äußern, gerade von arabischstämmigen Männern, werden die Deutschen dazu ja verleitet, ebenfalls in diese Kerbe zu schlagen. Und ja, es gibt Probleme mit manchen Ethnien in diesem Lande. Wer das nicht akzeptieren will, hat nicht verstanden, was eine polizeiliche Kriminalstatistik aussagt. Ja, wenn der Anteil der tatverdächtigen Ausländer überproportional zu seinem Bevölkerungsanteil gibt, liegt es nicht daran, dass die alle traumatisiert sind. Oder dass sie alle nicht wissen, was unsere Gesetze sind. Sondern da gibt es strukturelle Probleme hintendran. Aber wenn man die Religion immer außen vor lässt in der Problemanalyse, dann kann man am Ende dann nicht zu einem konkludenten Ergebnis kommen. Denn es gibt auch religiösen Extremismus, sagt selbst das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber am Ende ist es wieder TikTok und die AfD gewesen, die unsere Jugend versaut, damit sie rechts wählt. Und ich sage, die können noch viel rechter wählen, wenn ihr endlich nicht wach werdet. Und bald gibt es auch gar keine deutschen Erstwähler mehr. Beziehungsweise sie werden immer weniger. Die Geburten gehen weiter zurück. Corona war der letzte Aufbäumen vor dem tiefen Fall. Und jetzt, wir wissen, wie die Reproduktionsraten von verschiedenen Kulturen sind, wissen wir ja, was nachkommt. Berlin hat das vorgemacht mit den meisten Vornamen von gewissen Personen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Heute mal ein Kommentar, warum die Jugend die AfD wählt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere doch diesen Kanal X und Telegram. Und es gibt jetzt Messerradar, einem neuen Kanal, der die tägliche Messer-Inzidenz in diesem Lande sich zur Aufgabe gemacht hat. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung und im Abspann von diesem Video. Ansonsten gibt es noch Auswander in den Kopf. Und dabei bleibt es dann auch erst mal drei YouTube-Kanäle. Das sind mehr wie genug Arbeit. Das hat aber auch was mit einer gewissen Rückfallsicherheit zu tun. Wenn ein Kanal mal gesperrt werden würde, hätte man immer noch zwei Alternativkanäle. Deswegen dranbleiben, abonnieren, Daumen hoch, Kommentar da lassen. Und bis zum nächsten Video. Damit bis bald. – – Vielen Dank.